Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es mal ein Video über unsere Charaktere, also über die Neugestaltung unserer Charaktere und über die Dark Rider, die ja im nächsten Jahr, also 2022 rauskommen sollen. Das sollte eigentlich schon dieses Jahr passieren, also 2021. Das haben sie aber leider nicht geschafft. Wer hätte es gedacht, dass das jetzt noch rauskommen würden, wollen würde. Ja, aber naja, wenigstens haben sie zugegeben, dass sie es dieses Jahr doch nicht geschafft haben, weil es doch ja doch mehr Arbeit gemacht hat oder immer noch Arbeit macht. Also mehr als sie eigentlich dachten. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich auch mal meinen Senf dazu geben, weil das habe ich ja noch nicht so wirklich gemacht. Vielleicht interessiert euch das ja. Und genau. Ja, Star Stable im Rückblick. Weichenstellung für 2022. Genau. Ähm, hoppala. Ende letzten Jahres haben wir Details zu einigen spannenden Dingen in der Pipeline mitgeteilt, an denen wir 2021 gearbeitet haben. Jetzt, da 2021 zu Ende geht, haben wir einige Updates zu unseren Fortschritten bei zwei großen Projekten, und zwar den Dark Ritern. Und das Charakter-Update. Ja, ähm, ich glaube, wir gucken uns erstmal das Bild zum Charakter an, also was jetzt so, ähm, dabei entstehen könnte. Wir sehen auf jeden Fall erstmal, ähm, unser Charakter sieht ja von der Figur her total gleich aus, da gibt es also keine Unterschiede. Das soll sich jetzt aber ändern. Also es wird sehr schlanke Charaktere geben, es wird aber auch ein bisschen dicklichere Charakter geben, auch Charaktere, die ein bisschen mehr, ähm, Muskeln haben. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, so ein kleiner, dicklicher Charakter passt auf jeden Fall ein bisschen mehr zu mir. Und wir sehen auch hier oben schon, ähm, die verschiedenen Hauttypen. Wir haben ja jetzt schon, ähm, ein paar verschiedene Hauttypen, aber nicht so viele. Und hier haben wir halt, oder würden wir richtig viel Auswahl haben, ne. Hier ganz rechts kann man sich eine ganz helle Hautfarbe aussuchen, also schon fast weiß. Und ganz hinten sind schon richtig schöne, dunkelbraune Hautfarben vorhanden. Und das sieht wirklich richtig gut aus. Auch hier oben sehen wir auf jeden Fall die verschiedenen Hautfarben und auch die verschiedenen Gesichter dazu, wie das dann hier so aussehen könnte. Das sieht wirklich schon richtig, richtig gut aus. Also fantastisch, ne. Hier sehen wir nicht nur die verschiedenen Hautfarben, ja, Hauttypen mit den verschiedenen Frisuren, sondern die Gesichter sind doch ein bisschen anders. Zum Beispiel hier bei der Braunhaarigen sind die Augen, glaube ich, komplett anders. Also ein bisschen anders als hier bei diesem Mädchen, bei diesem Vorschaubild. Also man kann auf jeden Fall einiges gestalten. Also die werden, unsere Charaktere werden auf jeden Fall in der Zukunft richtig, richtig individuell, oder wir werden die Charaktere richtig individuell gestalten können. Auch hier die verschiedenen Frisuren, links an der Seite, die gefallen mir richtig gut. Ich kann zwar jetzt nur geflochtene Frisuren, Kurzhaarfrisuren und Steckfrisuren erkennen, ne. Hier zum Beispiel, hier sind die Frisuren eher kurz, ne. Also hier haben wir so einen Zopf, hier haben wir wieder kurze Haare, hier haben wir auch die Haare hochgebunden, hier sind die auch mehr zusammengebunden. Genauso wie hier, hier haben wir noch eine Kurzhaarfrisur, hier haben wir zwar eine richtig schöne, lockige und voluminöse Frisur, aber auch wieder kurz. Genauso wie hier, hier haben wir wieder eine Zopfrisur, hier haben wir so einen Undercut, glaube ich, sieht auch mega cool aus. Hier unten haben wir auch viele Flechtfrisuren, was richtig gut aussieht, ne. Aber halt auch wieder alles relativ kurz. Also die hier sehen so schulterlang aus und gut, die hier sehen vielleicht ein bisschen länger aus. Aber ja gut, da werden, denke ich mal, so, ähm, sind ja, glaube ich, nur Beispiele, ne. Das sind natürlich nicht alle. Ich denke mal, die werden noch wahnsinnig viele Variationen mit reinbringen, ne. Nicht nur Kurzhaarfrisuren und Hochsteckfrisuren und Flechtfrisuren, sondern hoffentlich auch mal richtig schöne, äh, ja, Frisuren mit langen Haaren, ne. Zum Beispiel einen ganz langen, geflochtenen Zopf bis zum Po oder einfach nur lange, offene Haare und nicht nur kurze, offene Haare oder irgend sowas. Also das sind ja alles, das ist ja alles nur so ein kleiner Vorgeschmack, was auf jeden Fall reinkommen könnte. Es ist natürlich noch nichts komplett, ähm, fertig. Aber das, was ich sehe, gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, ja, das zu unseren Charaktere. Und ich hoffe wirklich, ich weiß, es ist viel Arbeit, aber ich hoffe wirklich tatsächlich, dass Star Stable das nächstes Jahr im Jahr 2022 schafft, unsere Charaktere zu überarbeiten. Wie gesagt, die wollten es ja eigentlich schon dieses Jahr schaffen, haben sie leider nicht geschafft, weil es viel Arbeit macht, glaube ich denen. Ich meine, die müssen ja nicht nur unsere Charaktere neu gestalten, die müssen ja alles anpassen. Die müssen uns in den ganzen Quests anpassen, die ganzen Klamotten, die wir tragen, die es bereits im Spiel gibt. Das muss ja alles auf unsere Charaktere abgestimmt sein, ne. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Charakter aussuche, der wirklich ein bisschen dicklicher ist und molliger ist, ähm, und dann trage ich zum Beispiel so eine knapp beschnittene Dressurjacke. Das muss ja auf so einem, ich sag mal, fülligen Charakter auch gut aussehen und nicht total, ja, unpassend oder verbuggt oder sonst irgendwas, ne. Wisst ihr, was ich meine? Also es muss halt alles auf jeden einzelnen Charaktertyp schon so ein bisschen angepasst werden. Also auch schon das, was schon da ist im Spiel. Und das ist, glaube ich, richtig schwer, vor allem mit ihrer, ja, veralteten Engine, ähm, ja, könnte schwierig werden. Egal, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Wir hoffen das Beste auf das Jahr 2022. Ja, soviel zu unseren Charakteren. Jetzt kommen die Nachtreiter. Ja, der Fokus der Pferde- und Charaktere-Teams, nicht Spielercharaktere, im Jahr 2021 lag hauptsächlich auf den Dark Rider mit ein paar anderen interessanten Updates und Ergänzungen. Ja, ähm, ich werde nicht zu viele Details über ihre Persönlichkeiten oder ihre Geschichten verraten, aber hier sind wir gerade mit ihren Fortschritten. Genau, und hier sehen wir auch schon, ja, die Dark Rider und es hat sich einiges geändert, ne. Also eigentlich müssten die ja alle so gleich alt sein, glaube ich. Ich glaube, dass die alle so im selben Alter waren, aber hier sieht das aus, als hätte man irgendwie vom Kindergarten bis zur Mittelschule, bis zur Oberstufe, bis in Erwachsenenalter hier irgendwie alle Stufen durchgespielt vom Alter her. Also ja, ich weiß auch nicht, die sehen alle schon relativ unterschiedlich aus vom Aussehen her, vom Alter her. Ja, das ist ein bisschen, finde ich persönlich jetzt nicht so schön, kann jeder denken, wie er möchte, aber da hat SSO so auf den ersten Blick auf jeden Fall ein paar Abweichungen gemacht. Ja, finde ich persönlich nicht ganz so schön. Also mir wäre es lieber, wenn die vom Look her schon alle so aussehen, als wären sie alle so um die, keine Ahnung, so 25 bis 28 ungefähr. Aber, ja gut, das ist natürlich alles Geschmackssache. Ja, viele von euch haben einen heimlichen Blick auf Sabine geworfen, ne, genau, das ist ja diese Dame hier. Grimmig und ehrenhaft, natürlich auf ihre Art. Sabine ist der erste komplett fertiggestellte Dark Rider, das bedeutet, dass sie den gesamten Erstellungsprozess durchgelaufen hat. Also Konzeption, Modellierung, Rigging, was auch immer das ist, Rigging, Skinning, Animation und Implementierung in das Spiel selbst. Genau, also dass er halt, ja, da eingefügt werden kann und dass eben alles stimmt. Dass sie zum Beispiel die richtigen Animationen im richtigen Zeitpunkt abgespielt wurden, dass sie auch da steht, wo sie stehen soll und so weiter und so fort. Und ja, ihr Begleitpferd Kahn braucht auch noch einige personalisierte Animationen, um seine einschüchterne Natur durchscheinen zu lassen. Soviel zu Sabine, ne. So sieht sie aus. Ich finde sie eigentlich okay. Also ich finde sie wirklich okay, muss ich sagen. Ja, Sabine sah zwar in den Starship Legacy Teilen auf jeden Fall ganz anders aus. Die war da auch wirklich sehr schmal, sehr dünn, sah schon auch etwas alt aus, sehr überheblich aus. Und ja, wie so eine, wie sage ich das am besten, wie so eine alte, miese, petrige, komische, grantige Reitlehrerin, so ein bisschen, ne, mit einer schmalen Figur. Und diese Sabine, die sieht schon tatsächlich wirklich sehr angsteinflößend aus. Und das passt auch zu ihr, weil ich habe die Bücher zwar nie gelesen, aber die liebe Niki hat mir gesagt, dass sie in den Büchern sehr kraftvoll gewalttätig sein soll. Und auch schon wie so ein kleines, ich sag mal, ja, wie so ein Monster erscheinen soll. Monströsitätenerscheinung, sagt man, so weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr beängstigend. Und ich finde, die neue Sabine sieht halt wirklich so aus. Also, wenn man nach den Büchern geht, würde das Aussehen nach der Beschreibung im Buch, jedenfalls das, was ich von Niki gehört habe, würde passen. Deswegen finde ich das Aussehen von Sabine schon okay. Ja, sie hat halt wirklich sehr, sehr krasse Muskeln gekriegt. Also, der Körper, der ist ja wow. Aber im positiven Sinne, wow. Ja, gut, das ist jetzt Geschmackssache. Vielleicht ein ganz, ganz kleines, bisschen weniger muskulös. Aber ansonsten, also, wenn die mir im Dunkeln begegnet, ich hätte vor der schon Angst. Und das sollen die Darkrider ja sein. Die sollen ja schon angsteinflößend auf uns wirken. Sonst macht man sich ja lächerlich. Genau. Ja, und das ist natürlich hier ihr Pferd, Kahn. Ist ein Friese. Ich bin tatsächlich zufrieden mit dem Modell. Da ja Sabine auch relativ groß und kräftig ist, hätte ich mir auch ein muskelbepackteres Pferd schon gewünscht. Zum Beispiel das Pergeron wäre perfekt gewesen, weil das ist ja auch groß und richtig dicklich, also muskulös dicklich. Und ich meine, der Friese passt auch, ne? Aber der Pergeron wäre noch so ein Ticken cooler gewesen, aber ja, mit den Friesen bin ich tatsächlich auch zufrieden. Und die roten Augen, die machen den Friesen natürlich auch schon sehr bedrohlich oder lassen den Friesen sehr bedrohlich aussehen. Also von daher, ja, ist okay. Also mit Sabine und Kahn, ihrem Pferd, bin ich tatsächlich relativ zufrieden. So, ja, dann haben wir Jessica. Du kennst Jessica vielleicht, aber erlaube mir sie jetzt als Jay vorzustellen. Den dunklen Reiter, der alles, was sie tut, mühelos aussehen lässt. Wir werden im Januar mit ihren Animationen beginnen, wobei ihr Begleitpferd Acerbuss Anfang nächstes Jahr ebenfalls Animationsarbeiten enthält. Er hält, sorry. Ja, und da haben wir Jessica bzw. Jay. Mit diesem Charakter, mit dieser Charakterumgestaltung bin ich tatsächlich überhaupt nicht zufrieden, weil es ist keine Umgestaltung. Es ist, als würde der komplette Charakter ausgetauscht werden, ne? Ich meine, gut, über Frisur und Kleidung müssen wir jetzt nicht unbedingt sprechen. Aber, ja, ich meine, man kann sich ja umziehen und man kann ja die Frisur ändern, können wir ja im realen Leben auch, ne? Aber das ist halt irgendwie nicht ihr Stil, nicht ihr Style. Also wie man sie halt kennt, wie gesagt, die Frisur ist statt lang kurz. Die Kleidung ist von lässig auf so, ja, ich will nicht sagen steif, aber ja, mehr so vornehm getrimmt. Jedenfalls auch das, was man hier auf dem Bild sieht. Die Hautfarbe hat sich auf jeden Fall verändert. Sie hatte ja immer so eine ganz helle Hautfarbe. Hier ist sie schon dunkel gehalten. Dann natürlich der Name. Statt Jessica heißt sie jetzt Jay. Und ich weiß nicht, es ist wirklich, als wäre der Charakter ausgetauscht werden. Aber das ist ja dann kein richtiges Remake. Ein Remake ist ja, wenn man einen alten Charakter nimmt und den ein bisschen aufhübscht und aufruscht, so ein bisschen, ne? Also halt vielleicht auch mehr Details gibt und sowas. Aber das erscheint mir wirklich fast wie ein komplett neuer Charakter. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Wie gesagt, es ist immer von Jessica die Rede gewesen. Jetzt haben wir auf einmal eine Jay. Finde ich nicht gut, die Änderung. Finde ich wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber nee, das kann man doch nicht machen, oder? Es ist halt kein Remake. Es ist ein Austausch vom Charakter. Finde ich echt schade. Ja, hier haben wir, wie gesagt, noch ihr Pferd. Vom Modell her ist es ein Mavari. Das finde ich sehr schön. Finde ich wirklich sehr schön. Die Mähne ist ein bisschen ungewohnt, weil die Mavaris, die wir jetzt im Spiel haben, die haben ja eher so eine dünne und strähnige Mähne. Und diese Mähne und dieser Schweif ist ja richtig dick und voluminös. Also, das ist schon ein kompletter Unterschied. Aber mit dem Pferd bin ich auch zufrieden. Passt zum jetzigen Charakter, zu Jessica, beziehungsweise Jay. Und ja, mit den Pferden bin ich, wie gesagt, zufrieden. Hätte vielleicht noch ein bisschen dunkler sein können, der Mavari. Es sind ja die Dark Riders, nicht die Light Riders. Deswegen können auch die Pferde gerne dunkel gehalten bleiben. Aber ja, ist auch okay. Also, das Pferd ist okay und Jay geht in meinen Augen gar nicht. Tut mir leid. So, dann haben wir Katja. Katja fand ich eigentlich immer mega cool. Die war wirklich immer so ein Charakter, der wirklich rausgestochen ist. Wirklich so, nicht nur von ihrer Art her, sondern auch von ihrem Aussehen her. Die war ja wirklich komplett hell. Also, die hatte weiße Haare. Sie ist weiß gekleidet, hatte auch eine helle Hautfarbe. Die haben das so ein bisschen beibehalten. Also, sie ist ja so weiß, gräulich, schwarz geblieben. Dazu schreiben sie noch, die eindringliche Kreatur, die ich als nächstes mit ihnen teilen möchte, ist Katja. Ihre Animationen sind derzeit in Arbeit, während ihr Begleitpferd Mortifa eingepackt und einsatzbereit ist. Unser Musikteam freut sich ganz besonders über diesen Charakter. Genau, da mache ich sie hier auch mal groß. Genau, das ist Katja. Ja, sie sieht auch relativ jung aus, oder? Ich weiß gerade wirklich nicht, wie alt Katja war. War die schon über 20? Na, 18, 18, 20 mindestens. Und hier sieht sie halt wirklich aus wie 14, 16. Wirklich wie ein Teenager. Ich weiß nicht, wie sie dann im Spiel wirkt, weil das ist halt, wie gesagt, auch nur ein Bild. Und wie sie dann halt im Spiel wirken, weiß ich nicht. Aber sie wirkt auf jeden Fall sehr jung. Ihre Klamotten finde ich mega cool, genauso wie ihre Haare. Wie gesagt, dieses weißgräuliche so, dieses helle, haben sie zum Teil beibehalten. Und dann noch halt ihr Musikinstrument. Finde ich mega cool. Also, ja, mit Katja bin ich tatsächlich relativ zufrieden. Wirkt ein bisschen jung, aber ja, es geht noch. So, und ihr Horst Mortifa. Das finde ich wunderschön. Erstens mal ist es ein Architekiner, ja, die sind jetzt im Spiel nicht so beliebt. Aber diese Farbe von dem Architekiner, auch diese glasigen Augen und das, was, ähm, dieser, dieser Halsschmuck da, was der so trägt, das sieht auch richtig gut aus. Und passt auch mega gut zu Katja. Ja, das ist, das ist gut. Also, diese beiden, so Katja und ihr Horst Mortifa, sind auf jeden Fall in meinen Augen ganz gut gelungen. Und, ja, das akzeptiere ich auf jeden Fall so. So, ja. Schließlich ist diese täuschend süße Ergänzung Chiyo. Sie ist bereit, dass ihre Animationen nach den Ferien beginnen. Ihr Pferd, Nihili, ist ziemlich einzigartig mit mehr als man denkt. Und wird eines der letzten der Gruppe sein, das Animationen enthält. Das ist auch für die erste Hälfte des nächsten Jahres geplant. Okay, also wird Chiyo, das ist diese hier, ähm, ja, erst nächstes, frühestens nächstes Jahr, wenn nicht sogar, ähm, ja, im Sommer, Herbst erscheinen, frühestens. Was soll ich zu diesen, in Anführungsstrichen, Dark Rider sagen? Das ist eher so ein Lollipop Rider. Ja, keine Ahnung. Ich meine, im Game wird ja, ähm, Nihili hieß es ja damals noch, aber Nihili ist ja jetzt zu Chiyo geworden. Und Nihili ist ja jetzt kein Dark Rider, sondern ein Steckenpferd. Ja, Nihili wurde vom Menschen zum Steckenpferd ernannt. Und jetzt haben wir hier eine Chiyo als, in Anführungsstrichen, Nachtreiterin. Oh mein Gott, ey, wirklich. Ähm, ja, ich meine, was soll das? Das Einzige, was ich mir noch erklären kann, dass hinter diesen Mädchen und hinter diesen Steckenpferd viel mehr steckt, als wir eigentlich vermuten. Vielleicht wird dieses kleine, süße Mädchen ja auch zu einer Art Bestie, wird dann auch, keine Ahnung, zu irgendeiner komischen Kreatur. Und ihr Steckenpferd verwandelt sich dann auch in ein großes, böses Pferd, auf den sie dann irgendwie reiten wird. Also, dass halt hinter dieser süßen Fassade wirklich etwas Grauenhaftes steckt, dass sie sich irgendwie so tarnen möchte oder keine Ahnung, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann gegen ein kleines Mädchen mit einem Steckenpferd antreten. Klar, die wird wahrscheinlich noch irgendeine versteckte Kraft, aber ganz ehrlich, das ist doch kein Dark Rider, die kann man doch nicht ernst nehmen. Ich meine, es sind Dark Rider, vor denen muss man Angst haben und die müssen furchteinflößend sein und auch kommt schon. Also, wenn, ach man, also ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich bin mit dem Charakter wirklich total unzufrieden. Also, wenn hinter diesen süßen kleinen Mädchen mit ihrem Steckenpferd nicht irgendetwas Grausames steckt, dann bin ich wirklich mega enttäuscht und es ist ein mega, mega großer Flop. Wirklich, es ist einfach nur, ja, das ist ihr Pferd. Ach, ich weiß es nicht. Es ist, hm, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung. Ne, ich sage am besten gar nichts mehr dazu, weil es wird nicht besser. Also, je mehr ich meinen Mund aufmache, desto, ja, wie gesagt, ich habe immer noch die Hoffnung, dass dahinter irgendetwas steckt, dass ich dieses Steckenpferd wirklich in ein Pferd noch verwandeln kann. In ein richtig krasses und dass das Mädchen sich dadurch dann vielleicht auch verändert. Ja, dass das halt wirklich nur ihre äußerliche, ich sage mal, Tarnerscheinung ist, ne? Und nicht ihre richtige. Genau, und zu guter Letzt schreiben dir noch, Anna hat dieses Jahr ein paar kleine Anpassungen erhalten, da ihre Geschichte Anfang nächstes Jahr tatsächlich fortgesetzt wird. Genau, weil ich glaube, wir sind in der Hauptstory-Quest damit stehen geblieben, dass sie irgendwie das fünfblättrige Kleeblatt geklaut hat und damit jetzt irgendetwas machen möchte. Wahrscheinlich sehr, sehr viel Unsinn. Also, die wird auf jeden Fall, und sie haben gesagt Anfang des Jahres, ich denke mal so Februar, Januar, Februar, wird auf jeden Fall eine neue Story-Quest kommen. Finde ich mega gut und ja, mal gucken, was die mit Anna vorhaben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Genau, und die schreiben noch, uns ist auch klar geworden, dass wir einen weiteren neuen Charakter brauchen. Einen, auf den ihr definitiv einen Blick geworfen habt, wenn ihr uns auf anderen Kanälen folgt. Und die Konzeption für diesen neuen Charakter läuft derzeit und wir hoffen, ihre Fortschritte in naher Zukunft mit euch teilen zu können. Ihre Fortschritte, also wahrscheinlich ein weiblicher Charakter. Wir haben darauf auch schon einen Blick geworfen. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wer das sein soll. Also wirklich so überhaupt nicht. Man fährt jetzt gerade auf den ersten Blick, wollte ich sagen, aber man fährt jetzt gerade wirklich überhaupt nichts ein, welcher Charakter das irgendwie sein könnte. Also wirklich nicht, keine Ahnung. Ja, und die schreiben auch noch, auch wenn die Darkrider zu Ende gehen, kann es einige Zeit dauern, bis wir ihre Teile oder Geschichte im Spiel erreichen. Es gibt spannende Pläne, aber wir wollen es nicht überstürzen, ohne es zu einer sinnvollen Erfahrung zu machen. Also ja, die wollen auf jeden Fall das so gut hinbekommen wie möglich, dass die Darkrider wahrscheinlich ohne Bugs und Fehler und ja, komplett Fertigkeit ins Spiel eingebracht werden müssen. Und das dauert halt noch sehr lange. Ja, und während wir uns darauf vorbereiten, langsamer zu werden und eine Pause für die Feiertage einzulegen, ist das Gesamte, dass der Online-Team optimistisch, was 2022 bringen wird. Und optimistisch, hm, das haben sie, glaube ich, schon 2021 gesagt, ne, beziehungsweise 2020 für das Jahr 2021. Ja, bleiben Sie also auf dem Laufenden, weitere Updates, bapabibubub. Genau, ja, okay, Leute. So viel dazu, so viel zu unseren Charakteren, so viel hier zu den Darkrider. Ja, meine Meinung dazu, habt ihr jetzt gehört, ja, ich sehe den ganzen so ein bisschen skeptischen Auge, also was unsere Charaktere angeht. Da hoffe ich auf richtig positive Dinge. Was die Darkrider angeht, hm, gemischte Gefühle. Also, wie gesagt, sie, ähm, sie sagen zwar, ja, zu dem Spiel Star Sable Online gibt es halt diese Bücher, passend dazu, aber das passt doch gar nicht mehr überein, weil, wie gesagt, in den Büchern haben wir halt, ähm, Jessica und im Spiel haben wir dann eine J. Und wenn man erst die Bücher liest und dann das Spiel spielt und dann einen J-Charakter findet, anstatt eine Jessica, da fragt man sich doch, hä, was ist denn das? Das ist doch der Spiel zu den Büchern oder die Bücher sind zu dem Spiel gemacht, ne, und dann hauen auf einmal die Charaktere nicht hin? Hä? Also, Star Sable widerspricht sich bei ihren Charakteren schon ein bisschen selbst, ne? Kann das sein? Es kann sein, oder? Ich glaube, es ist so. Ich verstehe Star Sable in diesem Sinne nicht. Und, naja, gut, egal, sprechen wir nicht darüber, das ist ein anderes Thema, ähm, ja, meine Meinung dazu, zu unseren Charakteren, zu den Darkrider. Ich hoffe, ähm, meine Meinung hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und auch unterhalten und vielleicht auch zum Denken angeregt. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wiedersehen werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020